Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch und Duschgel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch, ein Duschgel und eine Sonnenbrille. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch, Duschgel, eine Sonnenbrille und Klopapier. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch, ein Duschgel, eine Sonnenbrille, Klopapier und ein Sonnenschirm. Du bist so ein Geschichtner, das gefällt mir gar nicht. Du musst dich auch im Badezimmer irgendwo hinlaufen, wo ich einen Sonnenschirm finde. Wie viel Zeit hat man da immer? Ist egal, ne? Schneiden wir ja raus. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch, Duschgel, die Sonnenbrille, Klopapier und ein Sonnenschirm und dazu noch ein Kopfkissen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch, Duschgel, eine Sonnenbrille, Klopapier, ein Sonnenschirm und ich habe nicht zugehört. Genuschelt habe ich nicht, oder? Ne, ich bin... Und ein Kopfkissen. So. Ja. Ist doch da. Und was nehme ich natürlich noch mit? Eine Apfelschorle. Boah. Macht er extra. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Handtuch, Duschgel, eine Sonnenbrille, Klopapier, ein Sonnenschirm, ein Kopfkissen, eine Apfelschorle. Und ein Bäcker. Dann packen wir den Koffer mit. Eine Zahnbürste, ein Handtuch, Duschgel, ein Sonnenschirm. Sonnenbrille. Habe ich doch gesagt, oder? Der Verlierer muss diese Kappe anziehen, oder? Ja. Mit dem Passschuss. Schindeball. Das ist ein Ball. Das ist ein Ball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017